Dynamo TV wird präsentiert von Verticales, der Spezialist für seilunterstützte Höhenarbeit, Industrieklettern und Höhenrettung. Hallo zusammen, ich finde auch, dass wir letzte Woche ein sehr gutes Spiel gemacht haben zu Hause, was so ein bisschen gefehlt hat, dass das Ergebnis irgendwie nicht so mitgespielt hat, aber ich finde, dass die Jungs auch einen guten Auftritt hingelegt haben, eine gute Reaktion nach dem Aue-Spiel gezeigt haben, ich fand auch die Stimmung im Stadion war fantastisch, also ich glaube, wir hätten das nur noch toppen können, wenn wir das Tor gemacht hätten in der letzten Minute über Paule, aber ich finde, insgesamt hat das alles gepasst, ja, dann haben wir gedacht, die Trainingswoche können wir jetzt dementsprechend dann in Schwung mitnehmen und ja, in der Trainingswoche ist dann durch diese vielen Ausfälle, die wir haben, war es dann einfach auch schwierig, die Trainingswoche überhaupt so aufrecht zu erhalten, wir haben dann den Doppeltrainingstag haben wir dann gecancelt, haben nur einen Tag, haben nur eine Einheit an dem Tag gemacht, um einfach noch mehr Verletzungen bzw. Krankenspielern aus dem Weg zu gehen, und ja, haben heute dann nochmal drei A-Jugendspieler dazugeholt, also eigentlich vier, wenn man es so nimmt, vier, mit Toni Menzel fünf A-Jugendspieler dazugehabt, damit wir heute auch mal im Elf gegen Elf trainieren können, ja, so ist momentan die Situation, ich hoffe, dass morgen der ein oder andere Spieler vielleicht nochmal mittrainieren kann, als Option dann für die Bank, aber ist jetzt momentan nicht absehbar. Markus, danke dir dann jetzt rein in die Fragerunde, Jens Umbreit, Radio Dresden. Dann bringen sie für uns mal Licht ins Dunkle, wir haben ja gestern schon gesehen, dass ein paar Spieler gefehlt haben, wer fällt definitiv aus und wo gibt es vielleicht noch Hoffnung für Halle? Ja, also Kiri, Drille fallen sowieso aus, Joni fällt aus, Kraule fällt aus, Ammo hat nicht trainiert, ist krank, Wahrscheinlichkeit, dass er dabei ist, ist sehr, sehr gering, also da glaube ich, das wird nicht funktionieren. Herr Panna ist heute während des Trainings, hat es probiert, während des Trainings gekommen, hat schon gesagt, dass es ihm nicht gut geht, also die Wahrscheinlichkeit, dass er ausfällt, ist auch hoch. Tom Berger hat nicht trainiert, Manu hat nicht trainiert, Ömi hat nicht trainiert, Toni Menzel hat heute seine erste Einheit nach, glaube ich, anderthalb Wochen gemacht. Und ja, Kuba ist gesperrt. Alle anderen stehen zur Verfügung. Thomas Nahendorf, morgen passt. Herr Anfang, wenn man eine kleine Ergebniskrise hat, zieht man sich ja manchmal auch an gewissen Fakten hoch. Ich habe ja mal einige aufgeschrieben, würde ich Sie mal bitten, ein kleines Statement immer dazu zu geben. Das Erste, Sie haben 14 Mal 1-0 geführt, 14 Mal gewonnen, das ist der Bestwert der kompletten Drittliga-Zeit seit 2009 bis zum 27. Spieltag. Dann hoffe ich, dass wir am Wochenende 1-0 führen. Dann mach ich weiter, mit 19 plus 19 die beste Tordifferenz aller Drittligisten. Ja, das ist grundsätzlich gut. Ich glaube, trotz alledem, wenn wir jetzt das 7-2 dann irgendwo ein bisschen berücksichtigt, wenn wir das vielleicht verteilt gehabt hätten auf die Spiele und da mehr Punkte geholt hätten, wäre ich damit wesentlich glücklicher gewesen. Ich glaube trotzdem, dass wir, und das ist auch eine Statistik, glaube ich, mindestens 10 oder 11 Tore zu wenig geschossen haben, laut der Statistik. Das nächste, Robin Meisner, ist mit fünf Toren in zwölf Einwechslungen der beste Joker der Liga. Ja, auch super. Schön, dass der Meister die Tore macht. Wenn er reinkommt, würde ich mir wünschen, dass wir da mehrere von hätten, sodass wir immer wieder mit dementsprechend Spielern nachlegen können. Aber beim Meister ist auch das Problem, das muss man einfach sagen, wir haben mit Kutschel einen, der auch so ein bisschen diese Führungsrolle auf dem Platz übernimmt. Und ich finde, Meister ist auch immer nah dran, von Anfang an zu spielen. Und vielleicht würde dann noch mehr Tore schießen, das wissen wir alle nicht. Aber ich bin froh, dass Meister die Torgefahr entwickelt hat. Beim nächsten weiß ich nicht, ob Ihnen das überhaupt so gefällt. Sie sind das fährste Team der Liga. Ja, schön ist ja grundsätzlich schön. Gerade ist es auch schön, das zu sagen, gerade nach dem Spiel jetzt gegen Essen, nochmal auch von meiner Seite aus, nochmal gute Besserung an Götze. Das ist sicherlich eine unglückliche Situation, die wir alle nicht für gut heißen. Ich glaube, insgesamt haben wir gerade aufgrund der letzten Saison, wo wir sehr viele gelbe Karten bekommen haben, haben wir nochmal eindringlich mit den Jungs auch darüber gesprochen. Ich finde auch, dass wir recht fair spielen. Ich finde auch viele knifflige Situationen, wie jetzt Zimmer zum Beispiel, mit der gelben Karte, muss man vielleicht auch nicht zwangsläufig dann zeigen. Aber ich finde, dass die Jungs doch sehr, sehr fair unterwegs sind. Und das Letzte, Sie sind die beste Mannschaft der zweiten Halbzeit. Aber es gibt halt immer eine erste Halbzeit. Das ist halt vielleicht das Problem an der ganzen Geschichte. Aber ja, ich kenne das alles. Um das ein bisschen abzugleichen, ist es so, dass wir in vielen Statistiken, das sagt mir ja auch jeder Trainer, gegen den wir spielen, sagt, dass wir da in allen Statistiken, meiste Abschüsse im Sechzehner, meiste Torabschüsse generell, Wahrscheinlichkeit, dass du Gegentore bekommst, ist auch sehr gering. Also wir sind in allen Statistiken gut unterwegs. Das bringt dir natürlich nichts, wenn du nicht mit dieser Leidenschaft und mit dieser Emotion Fußball spielst, die wir brauchen, um Spiele zu gewinnen. Das haben wir in Auer gesehen. Also wenn wir da nachlassen und gerade in entscheidenden Momenten nachlassen, dann bringt dir das alles nichts. Aber ich finde, dass wir es gegen Essen sehr, sehr gut gemacht haben. Und ja, wir sind nicht belohnt worden. Okay, wir müssen daran arbeiten, müssen weiter dranbleiben. Jetzt kommt nochmal eine personelle Situation hinzu. Aber auch da müssen wir uns gegen wehren. Da dürfen wir uns jetzt nicht ergeben in einer Form von, ja, wir haben ja viele verletzte oder kranke Spieler. Nee, das ist jetzt die Chance für jeden Spieler, der bisher vielleicht weniger gespielt hat, dass er seine Spielzeit bekommt. Und das müssen wir halt einfach annehmen. Und wir müssen halt mit dieser Power, mit dieser Energie, mit dieser Leidenschaft, wie wir gegen Essen gespielt haben, so müssen wir die Spiele angehen. Und dann wirst du auch zwangsläufig deine Punkte holen. Da bin ich von überzeugt. Aber dass wir in den Statistiken da führen, ist toll. Aber bringt dir am Ende nur bedingt was. Timotheus Eimert, Sächsische Zeitung. Ich habe eine Nachfrage zum Personal. Sie haben gesagt, dass Tom Berger ausfällt. Das ist, glaube ich, im Vergleich zu gestern einer der Ausfälle, der hinzugekommen ist. Was konkret hat er? Und wie wahrscheinlich ist denn jetzt, dass am Wochenende, dass Sie einen A-Jugendspieler mit in den Kader berufen müssen? Also in der Tatsache direkt einen A-Jugendspieler oder U19-Spieler, weil dadurch ja die U23-Regel gefährdet ist? Ja, also Tom Berger hat die ganze Woche nicht trainiert. Tom Berger hat einen Schlag in die Wade bekommen beim Spielersatztraining nach dem Spiel und hat die ganze Woche nicht mittrainiert. Er war heute das erste Mal auf dem Platz und hat versucht zu laufen. Es sah sehr unruhend aus. Die Wahrscheinlichkeit, dass er von heute auf morgen ins Mannschaftstraining geht, ist sehr gering. Und ja, die Thematik mit den U23-Spielern, die haben wir in der Tat und müssen halt schauen, dass wir da dementsprechend auffüllen. Deswegen müssen wir vielleicht auch den einen oder anderen Spieler, der angeschlagen ist, müssen wir auf die Bank setzen, um einfach diese U23-Regelung zu erfüllen. Und eine zweite Nachfrage zum Personal. Stefan Triljatscher wird ja immer wieder genannt bei den Langzeitverletzten. Es hieß jetzt mal, dass es vielleicht sogar ein Saison ausdroht, sprich, dass er kein Spiel mehr die Saison macht. Wie ist da der Plan für ihn? Wann kommt, kann er wieder ins Training einsteigen? Gibt es da einen Plan? Und kann er nochmal die Saison ins Spiel machen für Dynamo? Also aktuell ist es so, dass er in der Reha noch ist und dass er, wenn er dann hier hinkommt, dass er dann hier anfängt, so nach und nach wohl auf dem Platz mit, so nach und nach zu arbeiten. Was aber jetzt nicht heißt, dass er schon komplett ins Mannschaftstraining oder ins Torwarttraining einsteigt, sondern er wird hier ein Reha-Programm machen. Und ja, wie dann der Heilungsverlauf ist, ist schwierig jetzt. Da müsste ich jetzt in die Glaskugel gucken. Das ist einfach schwer. Also ich hatte eine Verletzung, die einfach am Anfang konservativ behandelt worden ist, bis man dann festgestellt hat, dass man es doch lieber operativ macht. Und ja, und jetzt ist halt die Operation gelaufen und jetzt muss man halt schauen, wie schnell das Ganze verheilt. Also ist dann auch schwierig, aber ich kann jetzt Prognosen, kann ich schwer abgeben. Also es wird auf jeden Fall noch einige Zeit dauern. Jens Umbrett. Die Kollegen in Halle werden sich sicherlich die Spiele in Ingolstadt und im Derby angeschaut haben, wie es da nicht so gut lief für ihre Mannschaft. Wie gehen Sie das Ganze an, dass eben vor allem das nicht passiert, was vor zwei Wochen passiert ist? Ja, ich kann immer nur die Mannschaft wieder auf diese Situation einstellen und sensibilisieren, damit sie halt wissen, was es bedeutet, diese Spiele anzugehen und zu gewinnen. Dass du halt einfach diese Leidenschaft brauchst und diese Dynamik, die wir auch im letzten Spiel hatten, das werde ich auch machen. Das werde ich den Jungs auch sagen und die sind auch grundsätzlich immer in der Lage, das abzurufen. Ob es dann, wenn sie am Wochenende rausgehen, ob sie es dann eins zu eins so abrufen wie gegen Essen, das weiß ich nicht. Aber wir werden alles dafür tun. Also ich glaube, bessere Beispiele kannst du, glaube ich, nicht haben, wie das Spiel gegen Aue. Das dir einfach vor Augen halten und dir selber sagen, dass du so nicht mehr sein willst, so nicht mehr wirken willst auf dem Platz und dich auch so nicht mehr präsentieren willst. Und ich glaube, den Anspruch sollte jeder für sich selber haben. Das hat nichts mit Ergebnissen zu tun, es hat einfach mit dem Auftreten zu tun, mit Körpersprache, mit Durchsetzungsvermögen, mit Wille, mit Leidenschaft zu tun. Und das kann man, glaube ich, von jedem erwarten. Da muss jetzt nicht jeder Ball ankommen, da muss ja nicht jede Aktion gelingen. Aber ich kann auf jeden Fall signalisieren, dass ich alles dafür tue, das Spiel zu gewinnen. Und das müssen wir halt machen. Thomas Nandorf. Sie haben mit Lars Böning und Kevin Ehlers ein Innenverteidiger-Duo, was diese Saison in einem Punktspiel zumindest noch nicht so miteinander gespielt hat. Könnte das ein Problem werden oder nach einem knappen Jahr Training sollte alles klappen? Ich habe es ja eingangs gesagt, es ist jetzt die Möglichkeit für den einen oder anderen Spieler, der weniger Spielzeit bekommen hat, sich zu zeigen. Und zu zeigen, dass er uns helfen kann, beziehungsweise, dass er sich einen Platz holt innerhalb der Mannschaft. Und das erwarte ich dann halt auch von jedem Einzelnen, jetzt nicht nur speziell von den beiden, sondern von den Spielern, die jetzt auch immer wieder ihre Spielzeit bekommen haben, dass sie sich empfehlen. Aber sie wissen alle, was wir spielen wollen. Sie haben alle auch schon ihre Spielzeiten bekommen. Ehle hat am Anfang der Saison gespielt, dann hat sie sich leider verletzt. Und jetzt ist er auch wieder reingekommen. Ich finde, er hat ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht gegen Essen. Und ja, jetzt ist die Situation halt mit Lars, dass er jetzt in die Mannschaft reinkommt. Und jetzt kann Lars halt zeigen, dass er den Posten haben will und dass er da unersetzbar ist. Aber das können die Jungs selber machen. Also da müssen wir die jetzt, glaube ich, auch nicht mehr motivieren. Und die Abläufe, wie gesagt, mit wem sie jetzt spielen, das sollte gar nicht so elementar sein, sondern die Abläufe, die wir in unserem Spiel haben, die sollten sie schon kennen. Und das ist egal, mit wem. Alexander Küpper, MDR Sachsen. Wir haben gerade schon über Essen gesprochen. Das war ein Spiel, wo jeder, der es gesehen hat, sich am Ende gefragt hat, wie kann es sein, dass Dynamo Dresden diese Partie nicht gewinnt. Und ähnlich war es ja schon gegen Regensburg, gegen Sandhausen, gegen Dortmund 2. Haben Sie das in der Form schon mal erlebt, dass eine Mannschaft mit so großer Konstanz klar überlegen ist, so dominant auftritt und am Ende trotzdem die Punkte nicht holt? Und inwieweit ist das vielleicht auch in den Köpfen der Mannschaft mittlerweile präsent? Paul Wild zum Beispiel hat das direkt nach Abpfiff auch aufgezählt, dass es schon öfter vorgekommen ist, dass man sich für starke Leistungen eben nicht belohnt hat. Ja, das ist so. Also da brauchen wir uns ja auch nicht selber in die Tasche lügen. Also Tatsache ist, dass die Spiele so gelaufen sind. Und Tatsache ist, dass wir die Spiele halt nicht gewonnen haben. Und es bringt auch nichts, das irgendwie zu zerreden und irgendwie klein zu machen oder irgendwie künstlich groß zu machen. Das sind halt Fakten. Und damit musst du halt auch leben können als Spieler, wie wir als Trainer genauso. Tatsache ist, wir haben die Spiele so gestaltet, dass wir die Spiele grundsätzlich für uns entscheiden müssen, so wie es auch schon in der Frage war. Aber dass du das nicht gemacht hast, liegt dann auch grundsätzlich an dir selber. Du musst halt deine Chancen verwerten, musst die Tore machen, musst halt mit diesem Druck spielen, mit dieser Power spielen. Dann wirst du auch zwangsläufig die Spiele für dich entscheiden. Aber das ist jetzt die Herausforderung, da dran zu bleiben und diese Leistungen, die wir gebracht haben in den Spielen, wieder abzurufen, um die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, Spiele zu gewinnen. Aber was jetzt so betrifft mich in meiner Karriere als Trainer, ich hatte immer so bisher das, vielleicht auch dieses, vielleicht ein Stück Glück, weiß nicht, vielleicht haben wir es auch irgendwie entwickelt. Kann auch sein. Ich hatte in Kiel den Torschützenkönig mit Marvin Duxch in Main-Rhein, in Köln mit Terodde und mit Cordoba, die das unter sich ausgemacht haben. In Darmstadt Serdar Dursun, der Torschützenkönig geworden ist. Und ja, in Bremen haben wir dann Füllkrug und Duxch zusammen vorne gehabt. Und letzte Saison hatten wir Ammo halt dabei, der dann die Tore gemacht hat. Und dieses Jahr ist es halt so, dass es ein bisschen schwer herauskristallisiert, Tore zu machen. Muss auf viele Schultern verteilt werden, haben wir am Eingang der Saison auch gesagt. Aber ich halte keinem davon ab, da durchzustarten und Tore zu machen. Also auch von mir aus direkt das 1-0 nach der Statistik, die ich gehört habe. Bitte schießt sofort das 1-0. Und dann müssten wir ja in den Köpfen haben, dass wir das Spiel auf jeden Fall gewinnen. Der HFC hat einen Rückenwind von 3-0-Sieg gegen Lübeck. Wo schätzen Sie denn die Stärken des HFC ein? Ich finde, dass sie im Offensivverbund sehr gut aufgestellt sind, dass sie Mittelfeldspieler haben, die eine hohe Kreativität an den Tag legen und dass sie im Sturm halt Spiele haben, die sich durchsetzen können und auch gut im gegnerischen Sechzehner sind und Tore machen könnten. Also haben Außenverteidiger, einer ist jetzt gesperrt, aber haben im Grunde genommen Außenverteidiger, die hoch spielen, sehr hoch spielen und viele Flanken reinschlagen. Und ich glaube, dass sie insgesamt auch gut aufgestellt sind, was den Kader betrifft. Also wenn ich da in die Offensivreihen reingucke und die Variabilität mir angucke, dann ist da schon einiges vorhanden. Erich Berko habe ich selber gehabt in Darmstadt, der sicherlich auch eine gute Qualität an den Tag legt. Mit Bonga haben sie noch einen Spieler vorne drin, der auch als Zielspieler dient. Baumann, der seine Tore macht. Geiretz, also die haben schon gute Jungs in ihren Reihen. Timo Theos Eimert. Anfang vielleicht eine negative Statistik noch, die man leider auch in den letzten Spielen auffällig war. Sie haben in den letzten fünf Spielen immer zwei Gegentore bekommen. Es war in der Hinrunde nicht der Fall. Haben Sie schon eine Lösung, wie Sie dieses Problem lösen können, wollen? Ja, am besten so, dass wir kein Tor kriegen. Also es wäre am sinnvollsten. Aber es ist nicht nur die letzten fünf. Ich glaube, von den letzten sieben Spielen haben wir sechs Spiele, glaube ich. Also man kann die Statistik weiterführen und weiterführen und weiterführen. Am Ende ist es so, dass wir, habe ich ja auch nach dem Spiel schon gesagt, dass wir einfach viel zu viele Gegentore bekommen. Und jetzt können wir auch darüber sprechen, wie wir die Tore bekommen. Jetzt nehmen wir das Essensspiel, nur mal als exemplarisches Beispiel dafür. Jetzt musst du halt überlegen, wie verteidigst du am besten das zweite Tor? Boah, eine Standardsituation aus dem gefühlten Nichts. Nicht wirklich gerade scharf vor das Tor gespielt wird, ist aber drin. Ja, das erste Tor, wir sprechen darüber, dass wir die ersten Bälle-Spieleeröffnungen lang spielen und spielen sie auf einmal nicht lang, kriegen dann das Tor. Wie viele Torschüsse haben wir aufs Tor bekommen? Wir müssten grundsätzlich immer darüber sprechen, so wenig wie möglich aufs Tor zuzulassen, damit die Wahrscheinlichkeit halt auch dementsprechend gering ist, Gegentore zu bekommen. Jetzt überlegen wir mal, wie viele Schüsse wir gegen Essen aufs Tor bekommen haben. Und dann fragen wir mal, wie hoch muss jetzt die Wahrscheinlichkeit sein, dass du ein Tor bekommst aus diesen Szenen? Also eher recht wenig. Musst du eigentlich so spielen, dass du keinen Torschuss bekommst. Und selbst dann, weil die Standardsituation war ja auch kein klassischer Torschuss, selbst dann geht er rein. Du musst halt auch da ein bisschen ins Detail gehen und musst dir die Tore angucken, wie sie gefallen sind. Und die waren immer anders, andere Spielsituationen. Deswegen ist es jetzt schwierig so, ja wir haben jetzt das Mittel und am besten eine Tablette vorm Spiel, dass jeder Spieler eine Tablette nimmt und sagt, oh jetzt kriegen wir kein Gegentor, weil ich halte dann den Fuß da rein. Aber das wird auch nicht gehen. Das ist, so ist halt der Fußball. Also sind es mehrere Faktoren und unter anderem auch Pech ein Stück weit für Sie und Ihre Mannschaft, dass in der Hinrunde aus viel mehr Chancen weniger Tore gefallen sind, als jetzt in der Rückrunde aus viel weniger Chancen mehr Tore. Oder sehen Sie das anders? Ich würde es gerne anders sehen, aus dem einfachen Grund, weil ich immer ein bisschen Probleme habe mit Glück und Pech. Weil da bin ich immer so eher der Typ, der sagt, das müssen wir halt beeinflussen. Aber es gibt nicht, wenn ich jetzt genau diesen Punkt wüsste, ich weiß ganz genau, so werden wir auf gar keinen Fall ein Tor bekommen, dann würde ich es natürlich sofort machen. Sofort. Aber es stimmt, wir kriegen zu viele Gegentore, gerade zuletzt. Das muss man einfach sagen. In der Hinrunde haben wir da weniger Gegentore bekommen, haben oft Situationen gehabt, wo wir vielleicht Tore hätten bekommen müssen, wenn ich mal an Lübeck denke, auswärts, da haben wir aber kein Gegentor bekommen. Manchmal ist das so. Wir werden aber alles dafür tun, am Wochenende zu Null zu spielen, weil dann brauchst du am Ende auch nur einen vorne zu machen. Und wenn uns das gelingt, wenn wir 1-0 in Führung gehen, wenn uns das gelingt, wissen wir alle, was passiert. Nach der Statistik. Tim Schlegel, Bild-Zeitung. Trainer Halle ist jetzt nicht ganz so weit. Wie ist da die Planung? Fahren Sie dann erst am Spieltag hin, vielleicht auch um den Kranken so lange wie möglich schonen und Genesungszeit zu Hause einzuräumen? Oder sagen Sie, wir bleiben dabei und fahren am Vortag, sprich morgen? Nein, wir fahren morgen los und werden morgen Mittag trainieren, fahren dann los und werden den Tag dann oder den Abend in Halle verbringen, sodass die Jungs dann auch nochmal Behandlung bekommen können. Und ja, der Kader wird halt dann morgen nach dem Abschlusstraining dann feststehen. Und die Spieler, die krank sind, jetzt mitzunehmen, da muss wirklich absehbar sein, dass sie wirklich dann auf der Bank sitzen können und uns helfen können oder anfangen können. Aber die Wahrscheinlichkeit ist im Moment bei allen fast gegen Null. Das wäre jetzt auch noch die Nachfrage gewesen, ob Sie damit spekulieren, die, die da noch relativ unsicher sind, überhaupt mitzunehmen. Ja, wenn einer morgen trainieren kann und er sich dementsprechend fühlt, dann nehme ich ihn natürlich gerne mit. Wenn er nicht trainieren kann, dann ist es halt auch schwer, einen Tag später dann 100 Prozent Leistung zu bringen. Also müssen wir schauen. Also momentan ist das mit der Kadersituation ein bisschen schwierig. Wie gesagt, wir müssen da die U23-Regelung erstmal gucken, dass wir die dann erfüllen. Und dann müssen wir darüber hinaus gucken, wen können wir noch mitnehmen, wer kann uns noch helfen. Gibt es weitere Fragen? Das ist nicht der Fall. Dann nochmal die kurze Info. Anstoß ist um 14 Uhr. Verkauft sind bislang über 12.000 Tickets. Voraussichtlich wird das Spiel mit 13.000 Zuschauern ausverkauft sein, darunter 1.400 Dynamo-Fans. Übertragen wird das Spiel bei Magenta Sport und im MDR Fernsehen. Und dann blicken wir noch auf unseren Nachwuchs. Die sind in der Union-Bundesliga wieder gefordert. Die U19 am Samstag zu Hause hier gegen den FC St. Pauli um 11 Uhr. Und die U17 ebenfalls am Samstag, aber auswärts um 11 Uhr beim Hamburger SV. Dass es dazu keine weiteren Fragen gibt, manchmal noch einen schönen Tag. Sehen uns dann am Samstag in Halle. Bis dahin, macht's gut. Tschüss. Untertitelung des ZDF für funk, 2017